Ich heiße Fabian Jochum, ich arbeite als Pfarrer in der katholischen Kirche Vorarlberg. Wir glauben, wenn zwei Menschen sich lieben, dann verbinden sich Himmel und Erde. Wir haben für euch himmlische Plätze, die schönste Kirche und gute Worte, das Wort Gottes, was euch begleitet. Alle weiteren Informationen, die schönsten Kirchen und die Leute, die für euch da sind, die finden ihr auf unserer Homepage katholische-kirche-vorarlberg-heiraten.